Wir fangen an. Ich schau natürlich, dass ich immer auf Chat und so weiter eingehe, aber wie gesagt, ich recorde das auf YouTube nebenbei. Deswegen, für alle, die auf YouTube schauen, was geht, ist ein Livestream-Mitschnitt. Wir schauen uns die Beta an und wir fangen mal mit der neuen Rasse an oder beziehungsweise mit der neuen Klasse, ihr gesagt. Da sind die Traktiers, sieht man hier, kann man einmal auf Allianz und einmal auf Horn erstellen und da schauen wir uns erstmal die ganze Charaktererstellung von dem Ganzen an. Wir haben natürlich einmal weiblich, wir haben einmal männlich, wir haben eine normale humanoiden Form und einmal die... Sind es Blutelfenmodels? Ich glaube, es sind einfach Blutelfenmodels. Er hat Beta genannt. Ja, es ist eine Alpha halt, aber im Endeffekt, ja gut, nennen wir es halt Alpha. Wir können zumindest mal die klassische ansehen schonmal. Rufe als eine fortgeschrittene Klasse. Wenn ihr im neuen World of Warcraft seid, empfehlen wir für den Anfang stark mit einer anderen Klasse zu spielen. Ihr verpasst das Tutorial, falls ihr mit dieser Klasse beginnt. Damn. Seid ihr sicher? Was muss ich fortgeschritten eingeben? What the heck? Okay. Klasse so kompliziert, oder was? Klasse so kompliziert, oder was? Schiamirar. Nennen wir den mal. So, wir schauen mal rein. Man kann beide einzeln kustomisieren, wie es aussieht. Okay, wir haben auch verschiedene Hautfarben. Von Rot über Blau bis Weiß und Schwarz. Ich glaube, wir machen so weiß, graulich. Ich mach mal weiß. Intensität der Akzentfarbe. Was ist die Akzent? Ach so, das ist das hinten. Ja, das ist voll und weiß. Sieht auch geil aus. Ich glaube, wir nehmen mal, wir nehmen mal einfach mit Stark hier. Oder was war das unten? Ah, bei den Füßen switcht es auch. Okay, nehmen wir mal Stark einfach. Akzentfarbe. Da können wir dann noch hinzujustieren. Was haben wir hier? Blau. Ah, das mit Hellblau sieht ganz cool aus. Entweder das mit dem grünlichen Ton oder Hellblau. Nehmen wir mal Hellblau hier. Dann, was haben wir hier? Ich weiß nicht, was das ist. Das ist Gesicht. Da gibt's... Da gibt's nicht so viel. Da sind nur drei Dinger mit dabei. Dann aber Hörner. Hörner aber zahlreiche mit am Start. Ich bin immer nie so Hörner-Fan, aber bei einem Drachen muss irgendwie schon sein. Oh, die waren nicht bad. Die sind ganz nice. Ich würde mal sagen, wir nehmen die schwarzen Hörner hier. Dann, Hornfarbe. Können wir uns auch aussuchen. Ach, da switchen auch die ganzen... Da switchen auch die ganzen Krallen und alles mit automatisch. Okay. Yo, die blauen Dinger sehen aber geil aus. Okay, das sieht nicht bad aus. Das sieht nicht bad. Kannst mit der Akzentfarbe kombinieren. Horn-Schmuck. Bin ich nicht so ein Fan. Sieht irgendwie gar nicht geil aus. Wir machen mal komplett weg. Dann, Alter, was haben wir hier für Kostümisierungsmöglichkeiten einfach alles? Wir haben fürs Gesicht dann hier. Was ist das? Da erinnert sich gar nichts. Schmuck. Achso, weil wir keinen Schmuck oben haben. Dann haben wir hier Ohren. Okay, du kannst einfach die Ohren auch weg machen, oder was? Soll das sein? Okay, das sieht gar nicht so dumm aus, aber... Mit Ohren sieht's irgendwie besser aus. Oder mit dem Horn. Mit Ohren sieht's noch besser aus. Ich würde fast sagen, so ein Horn irgendwie auf der Seite noch. Dann, Kamm. Das ist oben das. Also das ist auch hinten runter, oder was? Ja, okay. Das ist auch hinten runter. Da kannst du auch die Spikes nehmen. Yo, der kompletten Fokuhila. Kompletten Fokuhila. Dann nehmen wir auch die Dinger. Das mit den Spikes raus sieht der besten aus, irgendwie. Stirn glatt. Yo, wie im Real Life. Dornen. Achso, da kannst du hier bei den Augen auch. Spikes. Nehmen wir auch Spikes. Yo, voll und Spiky Boy. Wangenknochen kannst du auch nehmen. Dann haben wir auch Spikes. Dornen. Überall sind Spikes raus. Vielleicht kriegen wir den ein bisschen aggressiver hin. Wange. Hatten wir das schon. Okay, das sind die Hörner unten. Da haben wir eh schon die hier drinnen. Und Kehle. Ach, Kehle kann's auch noch. Okay, der kann's auch so. Call him Spiky Boy. Okay, ich nenn ihn Spiky Boy. Spiky Boy. Nehmen wir auch so Spitzen raus, oder? Oder nehmen wir die Dinger. Nehmen wir die Dinger hier. Nehmen wir so kleine Spikes auch raus. Der geht full on Spike Mode. Dann Augentrübung beide. Okay. Achso. Okay, da kann's einfach. Okay, hier ist sie, ist sie. Das mach ich nicht so. Gelbe Augen, Blau, Lila. Was haben wir hier? Jo, die blauen Augen müssen halt zum blauen Skin noch dazu. Machen wir hier die blauen Augen noch mit rein. Sieht ganz sick aus. Sieht ganz, ganz sick aus. Dann haben wir hier Augenformen. Oh, das ist nicht bad. Das ist nicht bad. Jo, das mit gekreuzt ist ganz cool, oder? Nehmen wir fast die geschlitzen. Das ist alles nicht bad, irgendwie. Das ist alles nicht bad. Gesichtsmusterung. Achso, das ist das hier oben. Glimmern. Verbrannt. Lohe. Ach, das geht aber, das ist nicht nur Gesicht. Das ist auch unten. Das war auch nur im Nacken. Und ich glaube, wenn wir das verbrannt über den Nacken weg, das sieht irgendwie ganz cool aus. Ich würde gerne das im Nacken haben, aber ich würde gerne das im Nacken haben, aber ich würde gerne das hier oben nicht haben, irgendwie. Nicht ehrlich bin. Kannst maximal das hier nehmen, aber dann aus der Schnauze so einen komischen schwarzen Punkt. Dann nehmen wir lieber gleich das Ganze. Im Spiel sieht man eh keine Augen. What the fuck? Was haben wir hier? Noch mehr so Markierungen. Schwur. Nehmen wir Schwur. Oder was war das? Zorn? Nehmen wir Schwur. Was sieht das so bad aus? Dann Körpergröße. Eins, zwei, drei. Achso, da kann es ihn mehr Swole machen jetzt. Okay. Das entweder kann es ihn ein bisschen dünner machen, mehr Feminin. Jo, er im Hintergrund gibt halt gar nicht an, Alter, mit seinem 8-Pack. Ja, im Hintergrund gibt halt einfach gar nicht an. Ähm, ja, ich meine, Drache muss schon ein bisschen, bisschen mehr Swole sein. Ein bisschen mehr Swole. Torso stacheln. Uh. Okay, das nicht bad. Armstacheln. Das sind die hier, die haben wir eh schon drinnen. Okay, das sind einfach die Dinge auf der Seite raus. Dann, was haben wir noch? Beinstacheln. Nehmen wir auch. Überall schon Spikes raus. Körpermusterung. Asche. Uh. Kohle ist nicht bad. Mit den Beinen unten? Das auch nicht bad. Rauch oder Kohle? Äh. Glut. Äh, Glut ist jetzt um eins. Ich würde fast sagen Kohle. Ich mag das, weil da stechen die blauen Krallen irgendwie so raus bei den Füßen. Das sieht wenigstens nass nicht so blöd aus. Äh, Körpermarkierungen. Wahrheit. Ah, das sind die hier. Okay. Äh. Was sieht irgendwie das, was wir jetzt drinnen haben am besten aus? Weil das sieht mit den Wings ganz cool aus hinten dann. Die Wings so Highlights drinnen haben. Die Customizations sind sehr, sehr viel. Was ist das jetzt? Ah, da kannst du ihm jetzt die Klamotten. Okay, da können es jetzt die Klamotten auch noch dazu machen. Kann ich die dann auch verändern? Weil das meine, das habe ich gemeint nämlich auch. Du kannst denen halt so verschiedene Klamotten-Ding anziehen, was deine Drachenform hat. Ich meine, das kannst du immer wegmachen, aber so schätze ich mal ganz stark. Aber das sieht nicht bad aus. Die Kapuze ist auf jeden Fall ganz geil. Was haben wir hier? Brustplatten. Verschiedene Brustplatten, wenn er Rüstung anhaben soll. Das heißt nicht, ich mag die Kapuze ganz gern. Die Brustplatte gefällt mir nicht so. Die Dinge sind auch noch nicht so meins. Armreifen. Boah, das können ganz cool sein, wenn man es färben kann. Ich tippe mal, dass das hier noch Farbe ist dann drüben. Flügelschmuck. Oh, Flügelschmuck ist so nice. Ringe. Keine. Oh, der Pimp. Die Pimp. Die Pimp-Brustung. Was haben wir hier? Taille. Achso. Taille. Einen Gürtel hat er hier noch. Ja, das höre ich beim Training auch immer an. Deine Hosenstoff. Was hat er hier? Das ist auch ein Gürtel. Schenkel. Schenkelspikes. Okay. Füße. Oh, das sieht nicht bad aus. Krallen sieht ganz geil aus. Bei den Beinen sieht man das hier. Ja. Okay, okay. Rüstungsfach. Oh, das kannst du anpacken. Okay, das ist nice dann. Das wollte ich eigentlich. Oh, mit den blauen Sachen sieht es mir irgendwie geil aus dann. Oder schwarz. Schwarz-Gold. Oh, das sieht geil aus. Okay, das mag ich. Schwanzgrat. Okay. Achso, das sind die Spikes. Das ist geil. Okay, das ist not bad. Das ist not bad. Wie sieht das da aus mit der Rüstung hier? Mit dem schwarz-Dinge? Maybe dann doch die Rüstung? Majestätisch. Das ist geil. Unterarme. Flügelschmuck. Den lassen wir. Was haben wir hier? Er will Full-Armor-Bild unbedingt. Majestätisch. Schenkel. Verziert. Ummantelung. Eine Ummantelung, glaube ich. Füße. Und dann nehmen wir noch die Krallen. Schutz dazu hier. Für Hände gibt es aber nichts, oder? Oder habe ich das übersehen gerade? Schauen wir hier nochmal, wie das aussieht. Die Farben sind not bad von der Rüstung halt. Das ist keiner cool sogar. Das ist actually keiner cool. Schade, dass es keine, keine irgendwie Handschuhe gibt noch irgendwie. Auch mit so Krallen wie bei den Füßen. Gibt für Hände? Bin ich blind? Oberarme gibt es. Oberarme, Unterarme, Flügelschmuck. Aber das sieht nicht bad aus jetzt. Also das sieht echt nicht bad aus. Hast du Teil hier vergessen? Äh, Teil hier. Keine. Oh, da noch den, 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 den Ding bunt rundherum, oder? Oder den Gürtel? Nein, den bunt. Den, den, den bunt, den bunt. Na, Unterarme ist keine Handschuhe. So, Handschuhe sehe ich keine. Handschuhe sehe ich keine. Aber, not bad, not bad. Und der Ding ändert sich gar nicht. Ding ändert sich gar nicht. Das heißt, du darfst den dann auch noch komplett anbauen. Äh, einbauen. Mit Amo haben die Stylos. Mit Amo sieht ganz cool aus. Ich meine, das ist schade, dass sie keine eigene Rüstung haben. Aber das war mir irgendwie von Anfang an klar, dass sie nicht extra riggen für die Rüstung. Aber das ist ganz cool. Vor allem, du kannst das immer mehr ändern halt. Dann, was haben wir hier? Wir können den hier anpassen. Verschiedene Hautfarben logischerweise. Gesicht hier. Sind auch Blutelfenmodelle. Haben aber eigene Gesichtsarten und so weiter. Bisschen entspanntere Gesichtszüge irgendwie als Blutelf. Blutelfen sieht immer so zornig aus. Wir haben neue Frisuren hier mit dabei. Yo, sehr, sehr freshe Frisuren. Der Prinz ist wieder mit dabei. Saiyajin ist mit dabei. Ich schalte mal mehr Rüstung frei. Ich glaube, weniger. Das sieht mir nicht so aus momentan. Aber vielleicht fügen sie mit Patches oder irgendwas hinzu mal. Dreads. Das ist nicht bad. Erinnert ein bisschen an Rathion. Ein Iro. Der sieht auch nicht schlecht aus. Die Frisuren-Styles sind cool. Ich wünschte, die hätten wir für die anderen Klassen auch. Aber die Frisuren sind halt irgendwie einzigartiger. Gerade, weil es so verschiedene Farben mit drin ist. Gerade, weil es so verschiedene Farben mit drin ist. Ja, Man-Bun. Dann haben wir nochmal Dreads hin zusammen. Es gibt ja ein extra Set für die bei Raid. Denke ich, dass das für... Ja, ich denke, das ist immer für die Human-Form alles. Mähne, geflochten Pferdeschwanz. Yo, aber der ist nicht unten oben. Kurz. Ganz cool, ganz cool. Was nehmen wir hier? Nehmen wir seitlich. Nehmen wir seitlich. So Prinzen-Style irgendwie. Dann verschiedene Haarfarben. Schauen wir mal, wie die... Achso, du kannst die Haarsträhnen extra machen, okay. Yo, dann passen zur Form halt. Blau. Und dann in irgendeinen Lila-Ton runter. Dann in sowas runter. Jetzt hoffe ich, kann man die Dinger auch anpassen. Die Dinger... Ja, die Farben hier von den... Von den Scherpen. So, für mal. Dann, was haben wir hier? Gerollt. Dann haben wir die Hörner mit dabei. Nehmen wir hier die... Eingerollten Hörnchen. Hornfarbe können wir auch anpassen. Goldene, grüne. Die grünen leuchten irgendwie hinten so cool raus. Die anderen irgendwie nicht so. Blaue Hörner? Na, blaue Hörner. Was haben wir hier? Hornschmuck kannst du wieder drauf machen. Oh, nicht so Fan von dem Hornschmuck-Stuff. Das ist auch nicht so meins. Kannst du Kopfdinger mit dran mischen. Oh, da hast du die Schuppen mit dabei. Also du kannst die Schuppen entweder weglassen oder du machst halt wie es dir gefällt halt. Schuppenfarbe. Okay, das kannst du auch anpassen. Machst du bläulich? Gibt es ein helleres Blau? Oh, es gibt so ein ganz helleres Blau. Geh gleich bitte, warum auf den Drachen der Handschuhrüstung haben muss. Warte, schauen wir gleich. Das sieht nicht so bad aus. Augenbrauen. Achso, der hat so gar keine. Okay. Kannst du den Augenbrauen auch noch geben. Ja, wir haben mal Augenbrauen auch. Sieht ein bisschen normal aus. Jo, jo, der Bart ist nicht bad. Der Bart ist nicht so bad. Der Bart ist nicht so bad. Der hellblaue Schnurrbart sieht lustig aus. Das sieht schon besser aus. Augen trübung. Kannst du auch wieder machen. Ob ein Auge trübe sein soll oder nicht. Augenfarben haben wir natürlich auch mit dabei. Mal auch so bläulich. Alles so halbwegs dazu passen kann. Dann haben wir hier die Ohren. Lang, mittel, kurz. Wie beim Blutelfen halt auch. Nur, dass die Ohren hier so Spikes noch raus haben am Rand. Das sieht ganz okay aus. Ohrringe. Klingenspitzen. Das sieht ganz cool aus. Aber was wir gerade drinnen hatten. Verschiedene Ohrenschmuck. Das Klingenspitzen-Ding sieht ganz cool aus. Schmuckfarbe kann man auch anpassen. Okay, das ist auch cool. Da hat er nämlich eh so eine Brosche auch um die Brust hier. Aber es gibt nicht die gleichen Farben wie bei der Rüstungsset. Das finde ich ein bisschen komisch. Dass man das nicht genauso anpassen kann. Brustriemen. Also kannst du an oder aus machen. Okay. Okay, das sieht ganz cool aus, wenn du halt mal irgendwie oberkörperfreien Mock oder so machen willst. Tipp ich mal. Achso, warte mal. Schuppenmusterung. Was, wenn ich da jetzt voll Schuppen gehe? Sieht man das hier auch? Ne, das ist nur Gesicht. Okay. Ich dachte schon, das ist überall. Ich dachte schon, das ist überall jetzt. Okay, okay. Unterkleidung. Okay, dann kannst du ihm auch noch so ein Top-Ding anziehen. Jo, verschiedene Unterhosen. God damn. Verschiedene Unterhosen. Okay, das kannst du auch noch färben hier. Jo, jo, jo. Die Unterhosenfarbe. Let's go, man. Körperschuppen. Ach, hier sind sie. Okay, never mind. Das habe ich gerade vorher gesucht. Zorn. Schwur. Rauch. Hier Rauch ist am meisten halt hinten rauf, den ganzen Körper. Endlich Wechselbuchsen. Oder Glut. Glut ist halt komplett. All in. Nehmen wir mal all in einfach. Not bad. Not bad. Spiky Boy und Dimensionform mit dazu. War mal so eine krasse Definition im Vergleich zu den anderen Rassen. Ich weiß es nicht, warum der so shredded ist. Okay, Spiky Boy wurde erstellt. Schauen wir mal. Level 60. Tal der Stärke. Fängt man nicht im Startgebiet an momentan? Dann schauen wir uns mal an, wie der vom Damage aus so aussieht. Lebende Flamme. Schickt eine flackende Flamme in Richtung eures Ziels. Okay. Schauen wir uns das mal an. Das ist einfach ein Cast. Ein Hardcast. Den wir einfach reinballern. Mach's aber recht gut schaden, das Ding. Hat keinen Cooldown. Kostet uns aber Mana. Das heißt, dass er keinen Cooldown kostet, aber Mana. Dann. Azur-Stoß. Er projiziert intensive Energie auf zwei Gegner und fügt ihnen so 1900 Zauberfrost-Schaden zu. Okay, das hört sich dann im Cleave an. Erdrutsch lässt Gestein in einer Linie zum Zielort rutschen, was Gegner für drei Sekunden Bewegungsweg macht. Okay, da haben wir auch einen neuen Radius. Da haben wir auch einen neuen Radius mit dabei. Schwanzfeger. Peitscht mit eurem Schwanz und schleudert Gegner innerhalb von sechs Metern in die Luft. Eineinhalb Minuten. Cool, dann ist das mal sehr lange. Flügelschuss. Schlägt kräftig mit den Flügeln und stößt Gegner vor euch weg. Ebenfalls eineinhalb Minuten. Dann ist hier zweimal Erdrutsch in der Leiste. Da ist zweimal Erdrutsch in der Leiste. Das können wir einmal gleich rausschmeißen. Smaragdblüte. Lässt eine Knolle aus dem Smaragdgrünen Traum an der Positionen des Verbündeten sprießen. Nach zwei Sekunden heilt diese bis zu drei verletzte Verbündete innerhalb von zehn Metern. Okay, man kann es aber nicht targeten. Okay, das geht einfach hoch, dann. 30 Sekunden Cooldown, okay. Schauen wir uns nochmal das hier an. Okay, das sieht aus wie ein besseres Sander vom Enhancer Xiaomi. Segen der Bronzenen. Verwebt die Zeitstränge und verringert so die Abklingzeiten einer wichtigen Bewegungsfähigkeit aller Gruppen- und Schlagzugsmitglieder für eine Stunde um 15%. Okay, neuer Raid-Buff. IC, IC. Gleiten. Verringert eure Fallgeschwindigkeit. Ihr könnt diese Fähigkeit einsetzen, indem ihr beim Fallen springt. Okay, das ist einfach das normale Gleiten hier. Das ist das normale Gleiten. Wiederkehr. Bringt ein Todesgruppenmitglieder mit 35%. Okay, das ist einfach ein Reds. Kann nicht werden als Kampf. Also kein Battle-Reds. Desintegration. Drei Essenzen. Okay, das ist das, was wir hier oben haben. Als Ressource noch mit dabei. Greift dann den Gegner mit einer Explosion blauer Magie an, die 9000 Sauberfrostschalen im Verlauf von 2,5 Sekunden verursacht und die Bewegungsgeschwindigkeit des Ziels für 3 Sekunden um 30% verringert. Okay, da schauen wir uns mal ganz kurz an, wie die Fähigkeiten gerade aussehen. Ich habe hier noch keine Keeper 1 verteilt gerade. Okay, das ist einfach so ein Beam, den er kanalisiert. Dann hast du einmal den Cast. Dann hast du einmal den Cleave. Und der Cleave ist einfach ein normaler Melee-Hit. Okay. Dann schweben. Hebt ab und erhöht eure Bewegungsgeschwindigkeit um 30%. Hält 6 Sekunden an. Ermöglicht den Einsatz von Rufzaubern aus der Bewegung. Ermächtige Zauber sind nicht davon betroffen. Okay. Okay, das ist aber nett jetzt irgendwie. Ich dachte, man fliegt einfach weg oder so. Feueratem. Atmet ein und facht euer inneres Feuer an. Setzt den Atem frei, um Gegner in einem kegelförmigen Bereich vor euch zu verbrennen und ihnen 3800 Feuerschaden zuzufügen. Fügt Zielen über 5 Ziele hinaus verringerten Schaden zu. 1 für Ursache 2000, 2 für Ursache 4000 und 3 für Ursache 6000. Ist das auch wieder so? Okay, das ist das Aufladen. Okay. Das ist das mit dem Aufladen. Tiefer Atem. Atmet tief ein, fliegt zum Zielort und speit dabei geschmolzene Schlacke unter euch. Okay. Das probieren wir jetzt mal ganz kurz aus hier. Warte, kann ich über die hier drüber gleiten? Okay. Dann können wir komplett drüber fliegen. Ah, ist not bad. Und dann kannst du halt das Aufladen hier machen, oder? Achso, das muss gedrückt halten. Warte, das geht hier gerade gar nicht, oder? Doch. Ich gehe drauf. Jetzt habe ich es aus der Leiste gezogen. Jetzt habe ich es aus der Leiste gezogen. Fuck my life. Das war nicht, das war nicht, das war nicht absehend. Es muss Keeper 1 vergeben gerade. Ich glaube, es muss sich gedrückt halten. Mit der Maus ging es irgendwie gerade nicht. Ich konnte es nicht mit der Maus. Warte, ist das nicht Anti-Klicker dann? Ich konnte es nicht mit der Maus gedrückt halten, nehme ich gerade. Ich konnte es nicht mit der Maus gedrückt halten. Antlitz, wechseln zwischen eurer Traktikgestaltung und eurem Antlitz. Okay, da können wir einfach hin und her wechseln. Boom, boom. Tyrannisiertes Brüllen. Entfesselt eine markenschütterndes Brüllen auf Gegner in einem kegelförmigen Bereich vor euch und erhöht 10 Sekunden lang die Dauer von Kontrollverlusteffekten bei diesem Gegner um 50%. 2 Minuten cooldown aber. Dafür längerer CC. Für BVE mega nice. Für BVP muss halt gut timen, damit das was bringt. 2 Minuten cooldown ist schon lange. Zephyr. Befördert Mitglieder eurer Gruppe innerhalb von 25 Meter mit einem Aufwind in den Lüften. Verringert durch Flächenangriffe erlittenen Schaden um 20% und erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit um 30%. Okay. Das ist Group Support und das sind die ganzen Fähigkeiten, die wir haben ohne Talente gerade. Okay, da haben wir auch noch den Talent Tree dann. Jetzt haben wir noch Talent Tree und alles. Okay, jetzt brauche ich mal ganz kurz Keep 1 als erstes. Schauen wir mal hier kurz rein. Wo haben wir das hier drinnen? Steuerung. Tastaturbelegung. Dann schnelle Tastenbelegung. Wie geht das hier? Die Startfläche bewegen und den gewünschten Hotkey drücken. Geht das jetzt schon? Ah ja, das geht jetzt schon. Dann haben wir Key Binds mit am Start. Dann schauen wir, dass wir das auch irgendwie hinziehen, damit das auch Sinn macht. Ich würde mal schätzen, da ist die Main Ability. Das ist das zum Halten. Das ziehen wir irgendwo hier hoch. Dann den Erdrutsch lassen wir hier. Das ist auch so, mehr oder weniger Main Ding. Das ziehen wir hier rüber. Das ist unser Heal. Dann tiefer Atem ist unser Big Away. Das Segeln, das brauchen wir gar nicht unbedingt in der Leiste. Weil das haben wir ja so oder so. Baseline. Schweben. Das ist unsere Mobility. Dann haben wir hier noch das mit der Essenz. Und wir haben unseren Feueratem. Wir haben den Buff hier. Das heißt, wir können uns generell buffen. Und dann sieht es eigentlich relativ okayig aus. Okay, das ist der Schwanzfeger. Das ist das Schweben. Und das ist der Flügelstoß. Okay, das ist einfach der Knockback. I see, I see. Segeln ist das andere. Warte, was? Na, Schweben passt auch. Oder was meinst du gerade? Was meinst du gerade? Segeln ist einfach das hier. Weil es ist keine Ability fehlt. Sonst wäre sie drinnen, nehme ich gerade. Das Schweben ist das, was du meinst. Das Schweben ist das, was du meinst. Gut. Dann schauen wir uns mal aktives Gameplay an hier. Wenn wir normalerweise einen Mob holen, können wir ganz normal reinballern. Können ganz normal auieren hier. Was ist dann das? Das ist der Beam, den wir reinballern. Dann kannst du lebende Flamme. Dann kannst du hier den Breath aufladen. Kannst den Breath durchballern. Okay, das muss aber ziemliche Range machen hier. Das Fliegen geht ordentlich weit. Das kannst du nicht irgendwie mal so nebenbei reinballern. Dann, das baut aber keine Essenzen auf. Durch was generiere ich meine Essenz wieder? Wenn ich das jetzt einfach auf den hier kanalisiere. Ach, das lädt sich von alleine wieder auf. Okay, das lädt sich von alleine wieder auf. Die neue Castbar ist nicht bad, aber. Die neue Castbar ist definitiv nicht bad. Okay, ich muss das hier hinziehen und das hier hin. Sonst verwirrt mich das immer. Not zu shabby. Not zu shabby. Dann haben wir hier den Heal. Der Brock dann einfach. 13.000er Heal. Okay, wunderbar. Das heißt, rein Gameplay technisch spielt sich ganz angenehm. Jetzt haben wir noch keine Talente und nichts drinnen. Jetzt haben wir gerade noch keinerlei Talente oder irgendwas drinnen. Kannst du da einmal reinballern. Dann kannst du dir die Nova durchjagen. Kannst du dir das Ding reinkanalisieren. Dann kannst du einmal drüber fliegen. Und dann kannst du mal rein snipen. Und dead. Not bad. Not bad overall. Not that shabby. Und dann hast du diese kanalisierbare Fähigkeit. Und so länger du es kanalisierst und hältst, umso mehr Schaden macht es dann halt. Okay, das hat wie lange cooldown? Das hat 30 Sekunden cooldown. Das hat 30 Sekunden cooldown. Also der Playstyle ist mal nicht so bad hier. Du hast auch ein bisschen mehr Mobility, weil du die ganze Zeit diesen Double Jump machen kannst. Wie beim Demon Hunter halt. Kannst die ganze Zeit double jumpen. Schauen wir nochmal. Kann mal das Geschoss reinjagen. Kannst den Beam reinballern. Dann geht der hier rein. Dann könntest du wegknocken. Könntest du hier drüber segeln. Wegboosten. Und am Ende kannst du mit dem Breath hier einmal finischen. Schauen wir mal, ob es den da hinten auch hittet. Der kriegt dann einen Debuff und der Brenner dann einfach noch für den Damage, den er halt reingeballert hat. Dann gibt es noch den Knockup. Oder was war das? Peitscht und schleudert Gegner von 6 Metern in die Löfte. Ist halt witzig, weil du kannst zwar interrupten mit dem Ding, aber es ist halt nur so ein Knockup ganz kurz. Also du hast halt einen Vorteil, dass es nicht derselbe DA ist halt in dem Sinne. Dass es nicht derselbe DA ist für BVP. Und für BVP ist es auch nicht bad, weil das ist halt auch eine DA mit irgendwas anderem. Das heißt, wenn irgendein Mob was castet, kannst du ihn dann auch einfach hochknocken. Gut, dann schauen wir mal Talente rein. Ich finde es ein bisschen blöd, dass man den Heal nicht targeten kann. Das heißt, du kannst ihn nur unter dich legen. Du kannst ihn nicht irgendwo anders hinhauen halt. Die Minimap, das kannst du alles einstellen. Das schauen wir alles nachher noch an. Jetzt konzentrieren wir uns mal ganz kurz auf das Ding. Sagen wir bitte nochmal den Def-CD. Also das A-W-Ding. Das A-W-Ding? Was meinst du gerade als Def-CD? Ach, kannst du das targeten. Ach, das ist targetbar. Okay. Das erklärt dann mehr. Kann ich das auf Gegner auch platzieren? Nee, das geht nicht. Geht nur für Spieler. Interesting. Die 20% A-W-Reduction. Was befördert Mitglieder eurer Gruppe innerhalb von 25 Meter mit einem Aufwind in die Lüfte? Verringert ihn durch Flächenangriffe, erlitt einen Schaden um 20% und erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit um 30%. Das ist so ein, wo du einen Mate einfach wegfliegen kannst kurz. Aber das habe ich, das kannst du auf Wow halt schauen, wie das aussieht. Da bräuchte sich jemanden in der Gruppe, dass ich dir das gerade zeigen kann. Da schnappt er einfach den Mate und fliegt mit ihm einfach ganz kurz ein paar Meter weg halt. Und dann ist er einfach ein Damage-Studio, der nimmt jetzt aber nicht die ganze Gruppe mit. Der fliegt nicht die ganze Gruppe in die Sicherheit. So, schauen wir nochmal hier. No, brev. Air-Chat da hinterher. Spielt sich ein bisschen ungewohnt auf jeden Fall. Spielt sich ein bisschen ungewohnt auf jeden Fall. Aber sonst ganz solide. Okay, wir schauen uns mal Talente an. Was haben wir hier bei Talenten drinnen? Das ist der allgemeine Skilltube. Und rechts haben wir einmal, was bin ich jetzt hier? Verheerung. Ich bin auf Schaden ausgelegt. Das heißt, der andere wäre dann auch noch der Healer. Und hier ist er noch temporär. Das heißt, es ist noch nicht ganz fertig. Schauen wir mal hier rein. Obsidian-Schuppe. Verstärkt eure Schuppen, was eure Rüstung um 200% erhöht und euren erlittenen Magieschaden um 20% verringert. Hält 12 Sekunden an. Also big death CD gegen Milischaden und Magieschaden. Da ist auf jeden Fall nicht bad, aber zweieinhalb Minuten Cooldown ist relativ hoch. Das ist relativ hoch. Entgiften. Befreit eine Verbündete von allen Gift-Effekten. Das heißt, natürlich hat er dann Dispel auch wieder mal dabei. Das kennen wir eh schon von den ganzen anderen Klassen. Ich würde mal auf jeden Fall hier ein Death CD noch mitnehmen, weil Death CD haben wir sonst eigentlich gerade gar nichts mit dabei. Dann. Eure blauen Schadensäure verringert die Bewegungsgeschwindigkeit des Ziels. Drei Sekunden lang um 50%. Blau ist einmal Azurs-Schuss und Desintegration. Das heißt, wir haben zwei Slow-Dinger mehr oder weniger. Desintegration wird 20% schneller kanalisiert. Das ist nicht schlecht. Gebirgsschmied verringert die Abklingzeit von Erdrutsch um 30 Sekunden und hält 200% mehr Schaden aus, bevor der Effekt abbricht. Um 30 Sekunden Erdrutsch. Das ist auf jeden Fall vom Gameplay ein bisschen schneller oder angenehmer. Unterdrückung. Wir haben auch einen Kick mit dabei. Das heißt, ein Kick ist eh meistens Master-Health, damit wir irgendwas unterbrechen können. Essenzen regenerieren sich schneller. Hört sich ganz nice an. Rückruf. Ihr könnt tiefer Atmen innerhalb von 3 Sekunden nach der Landung erneut aktivieren, um durch die Zeit zurück zu eurem Ausgangsort zu reisen. Das hört sich cool an. Das will ich ausprobieren. Durchdringende Kälte. Das ist ein Slow-Effekt gewesen. Hier haben wir das erste Talent. Die Abklingzeit von Schwanzfeger ist um 45 Sekunden verringert oder Flügelstoß. Das heißt, du kannst entweder den Cooldown reduzieren von deinem Knockback, das heißt, Leute wegzukicken oder Mobs wegzukicken oder dem Knockup, das heißt, Leute einfach kurz in die Luft zu schleudern, um Stuff zu stoppen. Ich tippe mal generell, dass es schlauer ist, den Knockup mitzunehmen, also Schwanzfeger mitzunehmen, als das Wegnocken generell. Das heißt, Schwanzfeger hört sich generell besser an für mich. Dann, was wir hier drüben noch retten, fliegt zu einem Verbündeten und heilt ihn um 11.000 Gesundheit. 24 Sekunden Cooldown, das ist nicht bad. Das ist nicht bad. Lebende Flamme verursacht 5% mehr Schaden und Heilung. Schallachrote Anpassung speichert 20% eurer effektiven Heilung bis zu 16.000 eurer nächsten Einsatz von Lebende Flamme, der Schaden verursacht, verbraucht sämtliche gespeicherte Heilung. Ich kann es einfach stacken. Kauterisierende Flamme, 1 Minute Cooldown. Kauterisiert die Wunde eines Verbündeten, entfernt sämtlichen Blutungs-, Gift-, Fluch- und Krankheitseffekte. Heilt bei Entfernen von Effekten um 9. Okay, das ist huge für BVP. Kauterisiert die Wunden eines Verbündeten, entfernt sämtliche Blutung-, Gift-, Fluch- und Krankheit. Das heißt, kompletter Hardcounter für Rogue, für Aster Rogue. Eventuell auch für Affle. Kommt darauf an, ob du Unstable damit auf dir selber dispelst. 1 Minute Cooldown und relativ Big Heal. Und es hat nur 1 Minute Cooldown. Okay, das ist krankstark. Das ist krankstark. Mit nur 1 Minute ist das Hardcounter. Gegen Feral genauso. Schlafwandeln. 15 Sekunden abklingt Zeit. Lässt einen Gegner für 20 Sekunden in eure Richtung schlafwandeln und macht ihn so handlungsunfähig. Schaden hat eine Chance, ihn zu wecken. Okay, das heißt, du hast einen Spam-Bahn-CC. Ne, Spam-Bahn nicht. Du hast einen Vibusen-Art von Paladin. Das heißt, 1,3 Sekunden, du musst es casten. 50 Sekunden Cooldown. Und er läuft einfach zu dir hin dann beim CCen. Eure vorgerufene Heilung sind erhöht. Okay, das ist normal. Smart Blüte heilt 2 zusätzlich Verbündete. Das ist nicht bad, gerade für Raid oder RPG oder halt generell. Schweben halt 2 Sekunden länger. Das ist auch nicht bad. Okay, dann haben wir die Talente hier. Zeitdruck. Komprimiert die Zeit, um euren nächsten ermächtigten Zauber sofort mit maximaler Ermächtigungsstufe einzusetzen. Das heißt, ich gehe mal ganz stark davon aus, dass das ein Feueratm auch sein wird oder die anderen. Das heißt, wir nehmen das mit und ziehen uns das hier mal rein. Als Big Cooldown hier. Dann ziehen wir den hier rüber. Was haben wir hier? Euer Verursachter Magieschaden wird um 2% erhöht. Das erfolgreiche Unterbrechen eines Gegners durch Unterdrücken erzeugt ein Essenz. Das heißt, du wirst rewarded, wenn du einen Kickst, damit du wieder mehr Damage machen kannst. Ich würde mal sagen, wir nehmen einfach mal den mehr Damage. Der sofortige Schaden von Feueratm ist um 10% erhöht. Von Feueratm. Ist damit der... Achso, das ist das gemeint, okay. Ich meine, kannst du das auch noch mitnehmen. Eure Ausdauer wird um 2% erhöht. Eure Ringerdienerlittenen Magieschaden. Das heißt, Castercounter für PvP. Schweben hält 2 Sekunden länger an. Uralte Flamme. Wenn ihr euch mit lebende Flamme heilt, wird die Zauberzeit beim nächsten Einsatz von lebende Flamme um 40% verringert. Achso, man kann sich auch heilen mit der Fähigkeit. Okay, das heißt, es ist Heal oder Damage. Das ist auch nicht schlecht. Quelle der Magie. Leitet eure überschüssige Magie 30 Minuten lang auf einen verbündeten Heiler um. Wenn ihr einen ermächtigten Zauber einsetzt, stellt ihr pro Ermächtigungsstufe 0,5% des maximalen Manas des Heilers wieder her. Definitiv gut für den Raid. Maximal ein Ziel. Das heißt, du kannst Heiler halt pumpen, mehr oder weniger. Du bist halt ein guter Mana-Reck noch nebenbei. Solange eure Gesundheit über 75% liegt, ist eure Bewegungsgeschwindigkeit um 10% erhöht. Ganz solide. Ganz solide. Gerade alten Condon und so weiter. Solo ist ganz witzig damit. Aber ich würde mal sagen, schweben war das hier mit dem Movement. Okay. Das ist eine Movement-CD. Okay. Ich meine, ich würde da einfach für Quell der Magie nehmen, einfach weil es ein guter Raid-Support noch nebenbei wäre. Wir brauchen noch 4 Punkte, damit wir runtergehen können. Aber die Ausdauer wird um 2% erhöht. Und dann nehmen wir einfach noch das hier mit. Und ich glaube, jetzt kann ich hier reingehen. Genau. Ausgefahrene Krallen. Azur-Stoß fügt einem zusätzlichen Gegner Schaden zu. Das heißt, anstatt 2 trifft es dann 3. Zunichte machen. 9 Sekunden Abklingzeit. Zerreißt die schützende Magie eines Gegners und fügt Absorbations-Schilden 13.000 Zauber-Frost-Schaden zu. Das ist cool irgendwie. Das ist actually cool. Das heißt, wenn der Gegner einen Absorb hat im BVE oder BVP, im BVP zum Beispiel im Priester sich shieldet, dann kann ich durchs Schild hart durchschredden. Ich bin gerade mal 9 Sekunden cool da. Das ist nicht bad. Das ist definitiv ganz cool. Fire Breath causes your next living flame to strike one additional target per Empowered Level. Okay. Tiefer Atem betäubt Gegner für 3 Sekunden. Tiefer Atem war das hier mit dem Fliegen. Das heißt, drüber fliegen und alles da nennen. Hmm. Okay. Schweben halt eine zusätzliche Aufladung. Okay. Double Movement is not bad. Zeitspirale krümmt die Zeit, sodass ihr und eure Verbündeten in den nächsten 10 Sekunden einmal eure wichtige Bewegungsfähigkeit einsetzen könnt, auch wenn diese von ihrer Abklingzeit betroffen ist. Für RBG kein Dapog. Für Mythic Plus nicht so schlecht. Für Raid kein Dapog. Das heißt, du kannst einfach, wenn der andere, wenn der Druid schon Shout CD hat oder sonst irgendwas, dann kann er es nochmal einsetzen und dann kann er nochmal shouten. Zephia befördert Mitglieder eurer Gruppe innerhalb von 25 Meter mit einem Aufwind in die Lüfte, verringert ihn durch Flächenangriffe, erlittenen Schaden um 20% oder erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit um 30%. Okay, das ist Raid Utility. Das heißt, hier kannst du die komplette Gruppe nehmen, kannst dich wahrscheinlich kurz in die Luft boosten und dann hast du 20% weniger Schaden von Flächenangriffen only, aber also nur AOE. Das könnte ganz nice sein, weil ich tippe mal, dass die ganzen, dass die ganzen, ähm, na, du hast es nur für ein Ziel, Hanko. Das ist es nur für ein Ziel momentan. Das ist das C4, das ist nur für eine einzige ist. Also das ist nur ein. Oder? Befördert Mitglieder eurer Gruppe. Befördert Mitglieder eurer Gruppe. Muss ich das gerade verstehen oder habe ich das einfach random drin? Ach, das muss, das muss skillen halt. Warte, wieso hatte ich das dann am Anfang in der Leiste drinnen halt? Dann ist es aber trotzdem nur für einen. Befördert Mitglieder eurer Gruppe. Hm. Vielleicht hat es das, vielleicht hat es das einfach von alleine einfach reingeschmissen oder so, ich weiß es nicht. Äh, fliegt mit mir, stürzt, ah nein, das ist das, was ich gemeint habe. Fliegt mit mir, stürzt sich auf einen Verbündeten und fliegt mit ihm zum Ziel. Oh, das ist keiner witzig, das will ich ausprobieren. Das will ich ausprobieren, dann sollen wir einfach mal hier rüber. Laut Wowhead ist das für Gruppe und Raid. Okay, dann ist es nicht bad. Also auf jeden Fall Raid-Support. Aber wie gesagt, ihr seid Flächenschaden only. Ich tippe mal, dass mehrere damit gemeint sind. Ich tippe mal, dass mehrere damit gemeint sind. Ähm, ihr und eure Verbündeten seid vor Schaden geschützt. Fünf Sekunden lang wird Schaden in Höhe von 30% der maximalen Gesundheit absorbiert. Warte, da steht aber nichts dabei. Zwillingswächter, ihr und euer Verbündeter seid vor Schaden geschützt. Kann ich den beschwören oder? Oder woher kommt der? Da bin ich gerade nicht ganz sicher. Da habe ich nicht den Durchblick gerade. Egal, okay. Das heißt, Talente haben wir ja alle angeschaut. Das waren auch die syranisierende Brüllen. Ein Faceline im Markt verschwindet und Brüllen auf Gegner in eurer Kegelförerung im Bereich vor euch. Und erhöht 10 Sekunden lang die Dauer von Kontrollverlusteffekten. Okay, das ist auch nicht Baseline. Das heißt, das musste man auch skillen. Vom Vorring. Ach so, lol. Okay, jetzt verstehe ich es. Ja, I see, I see. Das heißt, du fliegst mit ihm und dann absorbiert er das auch noch. Okay, das ist guter Support halt. Guter Support. Tyrannisierendes Brüllen entfährt ein Wutanfall-Effekt vom Gegner. Für jeden gebannten Wutanfall wird die Abklingzeit um 20 Sekunden verringert. Ja, ich meine, gut, da kann es eh nicht. Also im BVP kannst du nicht wirklich hart davon profitieren. Es gibt nicht wirklich viele Wutanfälle im Game, außer jetzt Enrage from Fury. Oder gibt es noch was mittlerweile? Gar nichts mehr. Für BVP ist es ganz cool. Wahrscheinlich, wenn eine große Gruppe hätte, das kannst du eventuell wahrscheinlich gleich zweimal die CC-Dauer erhöhen oder sowas. Ansonsten würde ich eventuell noch hier runtergehen und das Schwebending noch mitnehmen. Ich habe die Bewegungsgeschwindigkeit in den ersten 4 Sekunden um 70%, weil dann kannst du das hier mitnehmen. Und dann hast du halt hier den Omega-Speed halt am Anfang. Das ist nicht so bad, dann hast du halt nochmal ein bisschen mehr... Im Menschen, da zählt Bär-Sizu. Für Raging auf jeden Fall nice, aber das... Am Anfang hast du halt den Mega-Speed halt damit und Double-Speed halt. Du hast kaum cool dann drauf. 30 Sekunden. Das heißt, du kommst halt relativ easy weg mit den Abilities. Okay, dann Damage-Trades. Scheiterhaufen schleudert einen Feuerball, der dem Ziel sowie Gegnern in der Nähe 2000 Feuerschaden zufügt. Das heißt, das ist... Das heißt, das ist einfach ein Random-Aoi-Effekt hier noch dazu. Jetzt hauen wir hier mal so Drachen raus, damit ich hier noch Key Bines ready habe. Eure lebende Flamme hat eine Chance von 20% eine Essenzexplosion zu verursachen, durch die euer nächster Einsatz von Desintegration, Scheiterhaufen oder geladener Schlag keine Essenzen kostet. Azurschuss hat eine Chance von 15% eine Essenzexplosion zu verursachen, durch die euer nächster Einsatz von Desintegration, Scheiterhaufen oder geladener Schlag keine Essenzen kostet. Das heißt, wäre das beides nicht schlecht. Scheiterhaufen hat eine Chance von 15% aufzulodern und bei einem Ziel in der Nähe erneut zu explodieren. Desintegration verursacht mehr Schaden, er hat den Schaden von tiefer Atem. Da würde ich das mit der Explosion fast nehmen. Essenz für Explosion ist zweimal stapelbar. Okay, interesting, interesting. Verringert die Essenzkosten von Scheiterhaufen um 1. Okay, dann ist nur noch 2 davon. Dann gehen wir hier rein. Mein Drachenwut lässt draconischen Zorn aus euch ausbrechen, sodass euer Atem Scheiterhaufen bei 3 Gegenden innerhalb von 25 Metern auflodern. Die Chance, dass Essenzen-Explosion ausgelöst wird, ist 14 Sekunden lang auf 100% erhöht. Blauer Zauber verursacht 5% mehr Schaden oder rote Zauber verursacht 5% mehr Schaden. Lässt draconischen Zorn aus euch ausbrechen, sodass durch euren Atem Scheiterhaufen bei 3 Gegenden innerhalb von 25 Metern auflodern. Okay, das weiß ich nicht. Mein Flat Damage Increase, hier haben wir wieder 2 Abilities. Living Flame deals 40% increased damage and healing, but its cast time is increased by 0.5 seconds. Lebende Flamme fügt Gegnern 662 Schaden im Verlauf von 12 Sekunden zu oder heilt Verbünde im Verlauf von 12 Sekunden um 1200 Gesundheit bis zu 3x stapelbar. Stackbarer Debuff einfach. Nehmen wir mal den Stackbaren Debuff. Nehmen wir mal den Stackbaren Debuff. Empowered Spells reach maximum level in 20% less time. Das ist kinder big. Your Empowered Spells maximum level is increased by 1. Essenzexplosion hat eine Chance von 10% nicht verbraucht zu werden. Feuersturm. Eine Explosion bombardiert den Zielbereich mit weißer Glut. Die Gegnern 3.900 Feuerschaden im Verlauf von 12 Sekunden zufügen. Das schauen wir uns einfach mal an. Das schauen wir hier rein. Quaste Coulton is reduced by 20 seconds. Dann was haben wir hier? Machtzuwachs. Die Ermächtigung von Zaubern erhöht eure Essenz-Regenerationsrate um 50% hält pro Ermächtigungsstufe 2 Sekunden lang an. Bump, Mann, Griff. Drachenbruch hält 6 Sekunden länger an. Okay, das war eine Länge an der CD hier. Gehen wir mal hier rein. Ich brauche noch 4 Punkte. Gehen wir für den blauen Damage. Die Ermächtigung von Zaubern. Achso, das haben wir gerade. Ewigkeitswoge. Konzentriert eure Energie und setzt eine Salve purer Magiefreiheit die einem Gegner 10.000 Zauberpostschaden zufügt. Das ist auch wieder sowas zum Kanalisieren. Den Reds brauchen wir auch gerade nicht. Wir gehen hier gerade die Keeper 1 aus. Essenzfähigkeiten verringern die verbleibende Abklingzeit von Ewigkeitswoge um 1 Sekunde. Kritische Treffer mit Ewigkeitswoge gewähren euch Essenz-Explosion. Dann haben wir kürzeren CD. Dann haben wir noch 8 Punkte hier. Jetzt dürfen wir aber runtergehen. Living Flame has a 12% Chance to reset the Cooldown of Firestorm and make your next one instant cast until 40% increased damage. Pyre reduces the remaining Cooldown of Fire Breath by 2 Seconds. Feueratmfuhr ist auf 20% mehr regelmäßigen Schaden. Feueratm verringert die Zauberzeit von lebende Flamme. 4 Sekunden lang auf 4%. Pyre and Living Flame extends the duration of your Fire's Breath Damage over time by 1 Second. Okay, das kannst du einfach extenden dann. Dann den Schaden von der Zuerstoß. Während tiefer Atem und Drachenwut aktiv sind, profitiert ihr unabhängig von der Gesundheit des Ziels maximal von Meisterschaft Riesentöter. Okay, Master, dann müssen wir noch durchschauen. Feueratm- und Ewigkeitswoge verringern die verbleibenden Abklingzeiten von tiefer Atem und Drachenwut pro Ermächtigungsstufe um 1 Sekunde. Also CDR-Talent. Maximal Essenzen auf 6. Das ist nicht schlecht. Geladener Schlag lässt einen Blitz konzentrierter Macht aus eurem Schlundströmer und verursacht 3000 Zauberfrost-Schaden. Ein Zuerstoß erhöht den Schaden von geladener Schlag 3 Sekunden lang um 100%. Das werde ich auch ausprobieren. Jetzt gehen wir echt langsam die Oddkeys aus. Was war das hier? Das war das mit dem Fliegen. Das brauchen wir auch noch. Das können wir rausschmeißen. Das ist nur der Buff. Eternity Surge und Azustrike hit twice as many Targets. Okay, dann kannst du es auf 6 hochdrehen überhaupt mit dem einen Talent im linken Trade. Das heißt, mit dem kannst du dann überhaupt 6 Targets kliefen. Dann haben wir hier drinnen. Geladener Schlag hat eine Chance von 40% in die eigene Abklickzeit sofort abzuschließen. Geladener Schlag verursacht 10% bei Schaden und trifft 2 zusätzliche Gegner. Jod ist nur ein Passiv. Ah ja, stimmt. Das ist ein Passiv. Stimmt, das kann ich auch noch rausschmeißen. Desintegration erhöht dann euren verursachten Schaden gegen das Ziel 4 Sekunden lang um 5%. Und jedes Mal, wenn Desintegration Schaden verursacht, besteht eine Chance von 6% Ewigkeitswoge mit Stufe 1 gegen euer Ziel einzusetzen. Bisschen kompliziert, gerade weil ich es noch nicht weiß, wie die ganzen Dinger miteinander interagieren. Deswegen tut man sich ein bisschen schwer hier gerade, das ein bisschen besser klar zu kommen. Aber ich glaube, wir gehen mal den Firetree runter und extenden das hier. Und dann haben wir noch einen Punkt. Und mit dem einen Punkt gehen wir hier noch Cooldown. BVP-Talent, was hat er hier? Chronoloop. 1,5 Minuten Abklingzeit. Trapp the enemy in a time loop for 5 seconds. Afterwards, they are returned to their previous location and health. Okay, das ist fun. Das ist actually ein Fun-Talent. Das heißt, du kannst vom Gegner die Time rewinden. Du kannst vom Gegner die Time rewinden. Das heißt, ein Red Seed Wings oder so und ballert halt in dich rein. Und du kannst ihn halt mehr oder weniger nach 5 Sekunden loopen halt einfach zurück, wo er vorher war. Das heißt, er kann dich halt hard chasen und du läufst in eine andere Richtung. Und dann portet es ihn komplett wieder auf die andere Seite rüber. Das könnte kein Darkfuck werden. Das könnte kein Darkfuck werden. Obsidian Eifer. Obsidianschuppe macht euch immun gegen Unterbrechung, Stille und Rückstoßeffekte. Das heißt, du hast ein... Ja, du hast eine Aura-Mastery. Kannst specken. Zweieinhalb Minuten Aura-Mastery. Geißelnde Flamme. Fire Breath burns away one beneficial magic effect burn power level from all targets. Okay, da kannst du einfach Buffs cleansen. Aber Fire Breath halt. Also Feuer, Atem. Ich meine, es ist cool, dass du alle Targets damit hittest. Das heißt, wenn alle drinnen cleafen kannst, dann kannst du alle perchen. Aber ich weiß nicht, wie useful das in Dragonflight sein wird. Zeit anhalten. Zwei Minuten Abklingzeit. Freezes an Allies Timestream for four seconds. While frozen in time, der invulnerable, also da können nicht verletzt werden, cannot act and others do not progress. You may reactivate Timestop to end this effect early. Das heißt, du kannst ihn einfach, du kannst den Mate babbeln. Also du kannst vier Sekunden lang den Mate babbeln, alle zwei Minuten. Ich meine, das ist ja der Must-Pick. Ich meine, wo, in was für einer, in was für einer Situation würdest du das nicht picken? Es gibt aber keine Situation, wo du das nicht picken würdest. Das heißt, du kannst halt einfach ihn. Ich meine, du kannst ihn wahrscheinlich doch nicht heilen. Warte mal. And hours do not progress. Das heißt, alles ist eingefroren. Ehe, du clonest eher einen Mate, ja? Du clonest eher einen Mate. Alter, Relics, da haben wir 10.000 Bit, man. Und da haben wir die ganzen Subs und Resubs. Ich weiß, ich habe gerade alles ausgestellt. Es tut mir leid, weil ich das hier auf YouTube nämlich hochlade. Vielen, vielen Dank. Ich bedanke mich mit dir am Ende nochmal. Ausführlich, mein Lieber. Mit einem Zungenkuss. Mit einem richtig feuchten Zungenkuss. So, wir specken das hier mal alles. Wir specken das mal alles und schauen uns, dass wir... Ich habe keine Ahnung mehr, was ich gerade überhaupt gescaled habe. Ähm... Wir schauen uns mal Ewigkeitswoge an. Schauen wir, was das... Achso, das ist auch wieder sowas zum Aufladen. Okay, das hat aber kein... Das zeigt mir nicht an, wie weit das geht. Aber das macht derbe Damage. Oh mein Gott, Alter. Was hat das gerade geballert? Geladener Schlag. Das ist das hier. Das ziehen wir hier rüber. Geladener Schlag braucht aber auch Essenzen. Lädt aber relativ fix wieder auf. Und dann haben wir den Strahl hier. Der geht bei Weitem schneller jetzt. Okay, der Strahl kanalisiert sehr schnell jetzt. Da sitzt eine Eule in der Luft. Ich erlöse sie. Ich werde die Eule da oben erlösen. Komme ich da rauf? Der kanalisiert hat richtig... Alter, was ist der Damage von dem Strahl? Was der Damage von dem Strahl hat einfach... Der snipet alles weg. Achso, mein Mastery kann ich noch schauen. Erhöht den Schaden eurer Zauberung bis zu 22,5% basierend auf der aktuellen Gesundheit eures Ziels. Ziel mit hoher Gesundheit erleiden mehr Schaden. Das ist actually strong as fuck, das Mastery. Also no joke. Das ist richtig stark. Da vorne haben wir einen Rare. Da vorne haben wir einen Rare. Ich will gerade ein paar normale Mobs verbrügeln. Haben wir gerade hier nichts Normales. Okay, wir haben nach wie vor unseren Heal. Das heißt, wir haben hier unseren Heal. Und wir haben das geskillt, dass wir das stacken können. Das heißt, wenn ich das jetzt auf mir selber hochcaste, dann kriege ich hier einen Buff. Und dann habe ich einen Hot auf mir. Der tickt bis zu drei Stacks und tickt zwölf Sekunden lang auf mir 870 AP. Das ist auch nicht so bad. Dann haben wir den Shatter nach wie vor. Das heißt, wir können den Shatter durchballern. Wir können die debuffen. Die werden jetzt hier überhaupt geroutet auch von unserem Shatter. Das Shatter-Ding bricht halt ab irgendwann. Das heißt, wir können das nicht unendlich. Aber das ist ja nicht damagen. Passiert halt gerade nichts. Dann haben wir einmal unsere Essence-Bombe, die wir reinknallen können. Dadurch verbrauchen wir halt hier die Essenzen. Aber das ist unser Instant-Damage. Das ist nicht bad. Das heißt, du kannst das spammen. Du kannst das spammen, sofern Essenzen halt hast. Der Damage ist richtig krank auch davon. Dann, was war das hier? Das ist der Feuersturm. Okay, das ist einfach ein AOE hier, der immer wieder rein spammt. Uh, das sieht doch sick aus. Bricht irgendwann. Ja, das sagt gerade nicht so aus, es soll es brechen. Ich tippe mal nett, dass ich das permanent drohten soll. Gehe ich mal von außen. Die Essenzen laden sich von alleine wieder auf. Einfach, ich habe eine mehr geskillt und ich habe schnellere Regeneration geskillt. Jetzt schauen wir mal. Warte, jetzt kann ich das hier useen und dann kann ich das hier instant ballern. Mit voller Aufladung. Okay, das ist Big Burster einfach dann von ihm. Das heißt, du kannst hier reingehen. Dann könnte es hier noch gehen. Ich schätze mal, das kann man kicken aber. Dann könnte es die Explosion reinballern. Schauen wir mal, was der hier macht. 6.000 und nach einem Mob könnte es sich wieder, ups, nach einem Mob könnte es sich einfach hochhehlen. Okay, da kann es sich einfach hochhehlen. So, was haben wir noch nicht benutzt gerade? Zunichte machen, das haben wir noch nicht benutzt. Das war der, das war der Shield, der Shield Crush. Okay, das sieht auch nicht. Achso, das macht gar keinen Damage, wenn er gar kein Ding hat. Ach, lol. Okay, das ist aber cool, weil es hat einen halbwegs tricky Place, mehr oder weniger. Weil du es halt richtig anbringen musst. Ich meine, es ist jetzt schwer anzubringen, aber ist halt cool, dass wenn du failst, wir sind net rewarded dadurch. Das heißt, es macht wirklich nur Damage, wenn er Absorvationen drauf hat. Das für BVP ist sehr, sehr cool. Ich meine, für BVE auch in manchen Situationen. Kann es ganz geil sein. Und wir haben den Brogg. Durch was wird der Brogg jetzt nochmal ausgelöst? Wir haben den Broggs aus Scheiterhaufen und geladener Schlag keine Essenzen baut. Das haben wir gerade vorher geskillt, nämlich. Und sonst Feuersturm braucht keine Essenzen. Dann, wie sieht das hier aus? Dann haben wir einfach unsere... Da glühen die Schuppen vorne. Das ist einfach unser Defensive. Wo wir einfach weniger Schaden nehmen und so weiter. Und dann haben wir das noch, das noch. Und das Brüllen haben wir eh nicht. Schau mal. Das heißt, jetzt haben wir hier auch den Slow-Effekt drauf. Das heißt, wir haben keinen aktiven Slow, sondern nur wenn wir Hitten haben wir für ganz kurze Zeiten einen Slow drauf. Das kannst du rein spammen. Das kannst du rein spammen. Das heißt, du hast schon einige Instants, aber mit Cool dann immer dabei. Wie viel Armor Reduction ist? 200%. Das können wir gleich schauen nochmal, wenn es ready ist. Schauen wir nochmal kurz rein gleich. Man kann auch in Human Form kämpfen. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie ein Ding hatte. Euer Antlitz beruhigt eure Gruppe, was die Gesundheitsregeneration außerhalb des Kampfes deutlich erhöht. Okay, das heißt, wenn man nicht in der Gestalt ist, dann ist einfach HP Regeneration höher. Interesting, interesting. Jo, hoffentlich können die bald magisch sein für Rogue Mage Buff. Aber wenn du das hier machst, dann bist du automatisch wieder drin, oder? Das heißt, du kannst die meisten Fähigkeiten, an denen du da drinnen wirken. Gehe ich mal stark davon aus. Du kannst den Hardcast hier machen. Du kannst den Krallenhip hier machen, oder? Nee, okay, dann gehen wir schon Combat. Sobald ich gehittet werde. Sobald ich gehittet werde, ist eh schon vorbei. Warte, was ist... Wieso leuchtet der jetzt? Ist der Instant? Nee, okay, der wurde nur empowered. Achso, Essenzkosten waren weg von dem Ding. Jetzt will ich nochmal schauen, kann ich das auch damit? Warte, haben wir nochmal... Mögen wir nochmal eine größere Gruppe gerade? Ich weiß, das Instant Spam macht ganz gut Bock. Jo, darf ich euch verprügeln da drinnen? Nee. Darf ich euch nicht verprügeln, leider. Wenn man Alpha bekommt, dann bekommt man eine Mail von Blizzard. Du bekommst gar nichts. Du kannst einfach dein Battle.net aufmachen und über den Spielen-Button klickst drauf auf dieses Ding zum Rausklappen. Und dann siehst du die Alpha oder sonst irgendwas oder BTR, whatever. Aber deine Tasche mehr. Das ist nur für Reagent-Sinn only. Was ich tryen möchte ist, du kannst Zeitdruck und dann tiefer atmen. Geht das? Ah nee, warte mal, Blödsinn, das geht ja gar nicht. Das geht ja nur mit dem Breath. Ach, du könntest mit dem kombinieren, aber... Okay, du könntest das Instant machen. Das heißt, du kannst dich entscheiden, was du Instant Bursten möchtest. Ich meine, das ist halt dann relevant, ob du für Frost oder für den... Oder für Blau oder für Rot gehst. Ähm... Wie Marz, genau. Wie Marz. Das heißt, du kannst dich einfach entscheiden, mit was Bursten willst. Du siehst halt Zeitdruck und dann kannst du entweder Instant Breath machen oder Instant Ewigkeitswoge. Instant Breath ist nicht bad. Weil Instant Breath hättest im BVP den Purge und auch für BVE den Purge. Das heißt, wenn ich große Mobgruppen habe, die sich irgendwas buffen oder sonst irgendwas, kann ich das Instant alles runternehmen halt. Weil ansonsten habe ich ja die Kanalisationsdauer von dem hier. Hm. Achso, Amor können wir schauen. Schauen wir mal. Haben wir hier Rüstung? Wir haben 19% körperlichen Schadensreduktion jetzt. Und mit dem CD haben wir 42. Das heißt, schon relevante Damage Reduce auf jeden Fall. Also gut 22%. 22, irgendwas. Das ist nicht schlecht. Bloß 20% Magic Wall halt. Also das ist definitiv nicht schlecht halt. Das ist definitiv nicht schlecht halt. Würde ich mal behaupten. Die 1er Fähigkeit ist ein Heal einfach. Du legst so eine Knospen ab, die explodiert dann und healt alle, die drinnen sind. Oder nicht alle. Ich glaube zwei. Drei. Drei Leute Heals. Also zwei? Eigentlich? Weil dann müsst ihr einmal mich heilen und einmal die anderen. Zwei? Denk ich mal. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das jetzt mich meint und drei Ziele oder bisschen ungut ausformuliert. Und das hier ist nice AOE. Kannst halt reinballern. Dann kannst du dir deinen Breath aufladen. Dann kannst du das andere aufladen. Alter, ich drücke hier gerade ganz weirden Hotkeys gerade. Dann kannst du das andere aufladen. Dann kannst du damit noch reinballern. Ich meine, Playstyle ist keiner witzig. Ich müsste halt die Hotkeys ordentlich vergeben und so. Ich verdrück mich hier down, weil ich habe hier alles. Hier ist halt irgendwas beindet gerade. Aber Playstyle ist ganz witzig. Aber da kannst du dich dann immer wieder mit dem Ding heilen. Kannst du dich auch selber immer wieder anschießen mit der Flamme hier. Und dann kannst du dich mit der Flamme hier. Der Heal ist so krass von dem Ding. Das ist ja abnormal. Ich meine nur das Mana. Aber ich frage mich halt, wie schnell das Mana-WG regeneriert als Damage die ihr da halt. Weil das hittet halt 16.000 Heals. Na, du kannst dich bis 65 boosten. Zum Testen ist gerade die Zone hier. Da fehlt die deutsche Karte. Oder generell die Karte gerade. Wobei du kannst Instance Loan. Warte, du kannst mit der Fähigkeit Instance Loan. Range gewinnen. Und dann kannst du mit dem durchgehen. Dann könntest du mit dem Ding drüber fliegen. Dann kannst du dann Instant aktivieren. Kannst hingehen. Und könntest du da das Instant reinballern. Wobei, da stirbt er schon vorher. Alles in allem nicht bad. Alles in allem nicht bad. Man kann sich nicht zurückboosten gerade mit Back Battle. Schade. Driver da. Driver da. Dein Mana ist ja Instant. Ja, das Mana ist ziemlich schnell wieder voll. Ich weiß nicht, ob das gerade Out of Combat ist. Oder nur beim Leveln. Weil zum Beispiel im Loading ist es zum Beispiel auch nur beim Leveln immer so. Deswegen weiß ich nicht, ob das irgendwie damit zusammenhängt. Schau mal. Ich brauche mal irgendwas, wo ich Infight halten kann. Und dann mal Mana spamen kann. Ich will gerade nicht auf das Ding aufmauen. Das boostet mich gleich wieder ins Nirvana. Schauen wir uns gleich das nächste an. Vielleicht nur Zier-Ressource. Oder vielleicht noch nicht getunt. Vielleicht wieder Mana-Ressource wie in WOTLK. Wo es einfach nur da war. Wo halt keinen Sinn hatte. Hauptsache es hat eine blaue Bar drunter. Jo, hier lebt nichts. Hier ist einfach alles tot gerade. Da ist einer. Komm her zu mir. Komm her zu mir. Schauen wir nochmal, wenn wir den hier bolden gerade. Den hier bolden und uns dann einfach selber spammen. Ob das hier die ganze Zeit wieder voll regt. Aber ich klaue einmal ganz stark. Ja, das regt halt instant hoch. Ist die Mana-Regeneration bugt oder soll es so sein? Aber das ist ja die höchste Mana-Regeneration, was ein Hybrid je hatte. Schaut euch das halt an. Ich komme mir gar nicht nach damit, dass ich das überhaupt leer caste. Ich komme gar nicht mal nach, dass ich das komplett leer caste. Dann kann ich ihn einfach komplett mit Instance zuspammen, wenn ich mich die ganze Zeit heile. Dann kann ich ihn komplett mit Instance zuspammen. Kann ihn nochmal nocken. Kann weg. Not so shabby. Also gameplay-wise auf jeden Fall sehr, sehr cool. Wir gehen nochmal nach Orgrim. Dann kann ich mich nochmal zurückbauen. Dann probieren wir nochmal eine Puppe ein bisschen rum. So. Wir schauen uns mal die Heal-Spezialisierung an. Was hier anders ist. Wir haben nach wie vor die Smaragd-Blüte mit dabei. Und wir haben einen neuen Spell. Wir haben neutralisieren. 8 Sekunden Cooldown. Reinigt das Ziel von schädlichen Effekten. Achso, das ist einfach ein Dispell. Das heißt, das ist einfach ein ganz normaler Dispell halt. Wie andere Klassen genauso. Ansonsten ist hier alles gleich. Das heißt, wir haben nach wie vor trotzdem unsere Damage-Abilities. Warte, wir haben trotzdem den Breath als Heiler. Das heißt, wir bringen definitiv all Damage mit als Heiler. Das ist schon mal nicht schlecht. Oder soll das so sein? Doch, das soll so sein. Okay, wir haben den Buff mit dabei. Wir haben Aoi-Reds mit dabei. Und wir haben nach wie vor den Breath. Wir haben den Feueratem und so weiter. Das heißt, wir können definitiv einige Fähigkeiten hier ballern. Ohne, dass wir zu hart gepanischt werden. Das ist schon mal sehr, sehr nice. Dann schauen wir hier mal in Talent-Trees selber rein. Das hier haben wir ja schon gesehen. Den rechten oder den linken Trees packen wir hier gerade nicht nochmal neu. Oder machen wir gleich nochmal. Sondern schauen wir mal hier. Hier nutzen wir anscheinend Bronze-Spells, wie es aussieht. Umkehrung. 25 Meter Reichweite, 8 Sekunden Cooldown und skaliert mit Tempowertung. Linde die Verletzung eines Verbündeten und heilt ihn so im Verlauf von 12 Sekunden um 6.900 Gesundheit. Wenn Umkehrung kritisch heilt, wird die Dauer um 1,8 Sekunden verlängert. Das heißt, auf jeden Fall schon mal nicht so bad als das dann, würde ich mal sagen. Mit Crit. Traumatim. 25 Sekunden Abklingzeit. Okay, das ist wieder Breath. Wieder Fire Breath. Nur, dass es hier heilt, wenn ich es auflade. Echo. Umhüllt einen Verbündeten mit Temporal-Energie. Heilt ihn um 3.500 Gesundheit und bewirkt, dass euer nächster Einsatz eines Zaubers, der kein Echo-Heil-Zauber ist, ein zweites Mal auf diesen Verbündeten wirkt. Und in dem 17% der Heilung, der normalen Heilung heilt, heilt ihn um 3.500. Das nächste Einsatz eines Zaubers, der kein Echo-Heil-Zauber ist, ein zweites Mal. Das heißt, wenn ich das zuerst wirke und dann heele, habe ich den Double-Heal drauf auf ihm. Lebende Flamme hat eine Chance von 20% euren nächsten Essenzfähigkeit kostenlos zu machen. Das heißt, hier war das gleiche wie beim DD. Das heißt, wenn ich hier Lebende Flamme spamme, dann habe ich halt die Essenz-Kosten-Reduction drauf. Feuer-Atem, heilt einen verletzten Verbündeten in der Nähe um 80% des verursachten Schadens. Das heißt, du wirst belohnt, wenn ich den Breath mache als AOE-Fähigkeit, also AOE-Damage. Zurückspulen, 4 Minuten Cooldown. Spult 50% des Schadens zurück, den Verbündete innerhalb von 40 Metern in den letzten 5 Sekunden erlitten haben. Heilt immer um mindestens 5000 Gesundheit. Heilung außerhalb von Schlagzügen um 100% erhöht. Das heißt, im Raid nerft, in Arena und BVB aber gut. Das ist nicht bad, gerade gegen irgendwelche Cleaves oder so, aber 4 Minuten ist langer Cooldown. 4 Minuten ist richtig lang, außer du kannst es reducen hier. Zeitverschiebung, ne, das ist wieder was anderes dann. Dehnt die Zeit für 8 Sekunden um einen Verbündeten, sodass er 50% des seines sonst erlittenen Schadens stattdessen im Verlauf von 8 Sekunden erleidet. Okay, das ist sehr stark. Für eine, okay, das ist wieder extrem langer CD, aber nicht bad. Und das ist wieder auch sehr, sehr starker CD, aber sehr, sehr kurz. Das heißt, du kannst ein Burst-Go komplett denyen, weil eine Minute zum Beispiel im BVB, es gibt keine Klasse, die, ja, kürzer wäre. Ich meine, es gibt manche mit 45 Sekunden, vielleicht als Feral oder so, aber 50% des erlittenen Schadens, das ist huge mit einer Minute gerade mal. Temporal Compression. Each cast of a Bronze Spell causes your next Empower Spell to reach maximum level in 5% less time, stacking up to 4 times. Okay, das heißt, du kannst das einfach wieder hochstacken für den, für den Cast Spell halt. Ja, einfach Monk-Stacker als CD. Ähm, Geisterblöde, leitet spirituelle Energie um, die einen Verbündeten um 15.000 Gesundheit heilt. Teilt sich auf verletzte Verbündete innerhalb von 25 Metern auf, wenn die Fähigkeit ermächtigt ist. Das heißt, hier ebenfalls wieder zum Hardcasten. Und da ist ebenfalls wieder was zum Hardcasten mit dabei. Alter, er hat so viele Abilities, aktive Fähigkeiten, ums Killen hier. Smaraggröde, eine Zwiesprache. Drei Minuten Abklingzeit. Commune with the Emerald Dream, restoring 20% Health and 2% Mana over 0.9 seconds for 4.4 seconds. Overhealing is transferred to a nearby injured ally. Castable while stunned, feared or silenced. What? Alter, er hat richtig hartes Toolkit einfach für Burst Damage. Und dafür, wenn er in einem Full-CC sehtet. Er kann dich einfach healen, wenn er CC sehtet. Und er kann sich selber toppen, während er CC sehtet. Da ist jetzt die Frage, wenn er schon Stunt ist, kann er dann kickt werden trotzdem noch drauf? Oder kann er das durchcasten? Das wäre interessant. Das wird interessant. Die BVP. Verringert die Abklingzeit von Geiserblüte um 15 Sekunden. Achso, das ist für oben, never mind. Ah ja, das ist halt der Hardcast. Geiserblüte erhöht eure Essenz-Rehenerations-Harte 10 Sekunden lang um 100%. Das kommt drauf an, wie hart du rein-spamst, glaube ich, ob das relevant ist. Ich denke, das hört sich fast besser an, weil wenn du rein-spamst, dann kannst du mehr healen. Smaraggröde verschießt eine fliegende Setzling, wenn die Heilung freigesetzt wird. Die bis zu 30 Meter entfernte Verbünde um eine gesunde Anteil, das ist einfach nur mehr Spread nochmal. Azur-Stoß hat eine Chance von 15% eine Essenz-Explosion zu verursachen, durch die eure nächsten Essenz-Fähigkeiten kostenlos wird. Das ist halt epic. Wenn du zu Damage gehst, kannst du nebenbei halt noch mehr heilen dann. Goldene Stunde. Umkehrung heilt das Ziel sofort um 15% des in der letzten 5 Sekunden erlittenen Schadens. Was ist jetzt Umkehrung? Ich tippe mal in meine Zeit-Verschiebung. Gehe ich mal von aus. Äh, gerade zur rechten Zeit, die Abklingzeit von Zeitverschiebung wird bei jedem Einsatz einer Essenz-Fähigkeit um 2 Sekunden verringert. What? Zeitverschiebung verzögert 70% des Erlittenen. What? Was ist das denn? Das ist ja komplett Bastet. Jedes Mal. Alter, du kannst halt den Damage, den das Ziel als nächstes kriegt, über 8 Sekunden um 50% runterdrehen, damit er es dann über 8 Sekunden kriegt. Und jedes Mal, wenn ich Essenz-Fähigkeiten benutze, wird es um 2 Sekunden verringert. Das ist ja harter Wall einfach. Das ist ja richtig harter Wall. Zeit-Anomalie, wieder mit, es skaliert wieder mit Tempowertung, das heißt, kannst du wieder runterdrehen. Äh, entzettet ein Vortex aus temporaler Energie, der 3 verletzte Verbündete, innerhalb von 15 Metern pro Sekunde um 1.100 Gesundheit heilt, hält 8 Sekunden lang an. Okay, das killen wir einfach mal zum Ansehen. Ähm. Bisschen gerade am Brain-Lag. Also, das war das Ding jetzt. Zeit-Anomalie, das wollen wir hier rein. Äh, was haben wir denn hier? Temporal-Anomalie, äh, Temporal-Anomalie, Anomalie, ich kann nicht lesen, Alter. Äh, Heals 40% more in 40% less time. Zeit-Anomalie kann sofort gewirkt werden. Das heißt, keine Cast-Time. Okay. Wenn ihr oder ein Verbündeter unter 20% Gesundheit fällt, begebt sich eine Version von euch in eurer Zeitlinie und heilt das Ziel, um 9.000 Gesundheit. Euer anderes Ich heilt euch noch 8 Sekunden lang, bevor es wieder in seine Zeitlinie zurückkehrt. Das ist eine Art wie Paladin, wie der, vom Holy Paladin? Last Stand? Mehr oder weniger? Nur, dass es Healed noch dazu? Ne, oder, dass es nur Healed und nicht Absorb ist. Ja, das ist wie das Paladin-Talent mit der Flamme, mehr oder weniger. Ähm, Echo repliziert zusätzlich 10% Heilung. Äh, Lebenskraft-Heiler, lebende Flamme und Feuerart. Im Versuchung zusätzlich Schaden und Heilung in Höhe von 1% eurer maximalen Gesundheit. Das mit der Smarag-Blüte haben wir schon. Gewährt eine Chance von 30%, dass, äh, einer eurer schwirrenden Setzlinge zu einem neuen Smarag-Blüte heranwächst. Das hört sich nicht bad an. Wie viele Punkte brauchen wir hier gerade noch? Also, ich muss hier 3 reingehen, ob ich das nehmen kann. Äh, retten. Bindet vorübergehend euer Leben an das eines Verbündeten, sodass die von einem von euch beiden erhaltende Heilung den Partner um 40% des Wertes heilt. Hm, könnt ihr euch bewegen, während ihr Zwiesprache mit dem Traum haltet? Oh mein Gott, Alter. Äh, Smarag-Blüte hat Zwiesprache erhöht eure maximale Gesundheit. Okay, machen wir da was mit bewegen. Ist das schon reingezogen? Das hab ich schon reingezogen, ja. Retten bindet vorübergehend euer Leben an eines, an das eines Verbündeten, sodass die von euch beiden erhaltene Heilung den Partner um 40% des Wertes heilt. Das verstehe ich nicht ganz gerade. Äh, retten erhöht die Effektivität eures nächsten Einsatzes von Traumatem um 40%. Was ist retten? Was ist retten gerade? Ist das Mastery oder so? Ich will gerade nicht aufmachen, sonst killt es wieder alles zurück wahrscheinlich. Ähm, ja, ich meine, wir skillen das einfach mal zum Ansehen. Passiv. Passiv. Dann, äh, Consuming a full temporal compression grants you Essence Burst. Retten ist, achso, retten ist das Hinfliegen. Genau, stimmt, 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 stimmt. Bindet vorübergehend er Leben an eines Verbündeten oder erhaltende Heilung den Partner um 40% des Wertes heilt. Retten erhöht die Effektivität eures nächsten Einsatzes von Traumatem. Okay, das heißt, du kannst ihn schnappen einfach und danach werden deine Dinger barft, okay? Danach werden deine Dinger barft. Äh, jedes Mal, wenn ihr eine Essenzexplosion erhaltet, wäre eure kritische Heilung 8 Sekunden lang um 20% erhöht. Also nicht bad. Traumatem, Geisterblöte und Smarkblöte kosten 10% weniger Mana. Äh, allies healed by Dreambreath are healed for an additional 10% over 8 seconds. Und hat da einfach Traumflug. Eine Minute Abklingzeit, atmet tief ein und fliegt zum Zielort und heilt dabei alle Verbündeten in eurer Bahn. Das heißt, es ist wie der Feueratem, nur dass es halt, ja, für Healdinger ist. Ähm, dann schauen wir hier. Das haben wir gerade. Äh, ja, Impart Spells. Das Maximum Level ist increased by 1. Was haben wir hier? Verringert die Abklingzeit von Zurückspulen. Das ist das oben. Das heißt, 3 Minuten Cooldown. Äh, Zurückspulen hat 2 Aufladungen. Doch die Heilung ist um 50% reduziert. Ja, ist nett, dass man das picken würde. Würde ich hier für 3 Minuten Cooldown gehen. Äh, Desintegration erzeugt im Verlauf der Dauer 1200 Mana. Das heißt, du hast einen Mana-Regner mit Desintegration. Das ist nicht bad. Das würde ich auf jeden Fall picken. Umkehrung verfügt über 2 Aufladungen. Ist ganz okay. Umkehrung, Zeit verschieben und Echo halten 2 Sekunden länger an. Smarkblüter hinterlässt einen winzigen Spreus... Äh... Smarkblüter hinterlässt einen winzigen Spreusling, der 10 Sekunden lang 5% der Heilung ansammelt. Dann heilt der Spreusling Verbündeten innerhalb von 25 Metern, wobei die Heilung gleichmäßig auf die Ziele aufgeteilt wird. Erinnert ein bisschen an Akan-Mage aus Warlords of Draenor mit dem... Mit dem Prisma, wo er halt reingepumpt hat und dann hat er Prisma den Damage gemacht. Eure Heilung bei eurem Umkehren betroffenen Ziel 5% und Stasis 1,5 Minuten Cooldown. Drei Einsätze eurer Heilzauber werden dupliziert und in einem Zeitschloss aufbewahrt. Ihr könnt Stasis jederzeit innerhalb von 30 Sekunden erneut aktivieren, um die Magie schnell zu entfesseln. Das ist nicht bad. Das ist nicht bad. Das heißt, du pumpst halt dann rein und dann kannst du... Es ist wie ein NS-Heal, nur mit oben wegen. Es ist wie Druid-NS, nur mit oben wegen. Das heißt, du drückst das, dann healst du halt dreimal und dann kannst du halt instant reinpumpen. Und dann hast du halt big, big Heals. Ich meine, am ehesten der Traumflug ist halt nicht bad. Schauen wir nochmal, da kannst du rüberkommen zum Traumflug noch. Müssen wir hier irgendwas rausnehmen? Nehmen wir das hier kurz raus. Dann schauen wir uns den Traumflug hier noch an. Bisschen zu viel? Ja, ich schaue halt nur durch. Das ist mir schon klar. Hat der Healer hier noch andere Dinge? Der Healer hat hier noch ein neues BVP-Talent. Traumprojektion, 1,5 Minuten Abklingzeit. Summoner Flying Projection of Yourself that heals Alice. You pass through for 3000 Healing. Alternating your protection dispels all nearby Alice of Magic, Effects and Heals. 40.000 über 20 Sekunden. Das ist jetzt nicht so viel über 20 Sekunden. Das ist jetzt nicht so ein harter Ort, aber es dispelt alles. Es ist wie Monk, kinder. All nearby Alice. Okay, das heißt, es ist wie Mönchbeleben einfach im BVP. Das haben wir schon gesehen, das haben wir gesehen, das haben wir gesehen und das haben wir auch gesehen. Okay, das ist alles. Das ist alles das Gleiche. Gut, dann schauen wir uns das mal an, was der hier als Heilung hat. Wir haben einmal die Geisterblüte, die ist ebenfalls wieder zum Aufladen. Das kannst du hier wieder kanalisieren, das ist einfach so eine Blüte. Und dann pumst du da einfach Heilung vor dir raus. Du hast nach wie vor den AOE am Boden, den du setzen kannst. Der einmal explodiert. Du hast neutralisieren, das ist einfach der Dispel. Wir haben das Makro in der Zwiesprache. Das ist der Survival-Ding. Das heißt, wir können das hier useen, können uns bewegen und regenerieren dabei hart unsere Gesundheit und unsere Mahner nebenbei. Das heißt, wir können das casten, während wir Stunt, Feared oder Silence sind. Stunt, Feared oder Silence. Also im BVP ganz gut. Im BVP auch nicht schlecht, aber es bringt halt nur was für dich selber halt. Es ist eigentlich nur ein Selbst-Survival. Du würdest andere healen, wenn sie low sind. Das heißt, wenn ich full bin. Das heißt, die einzige Situation, wo dir das was bringt, ist halt gegen irgendwie Melee-Cliffs oder so, die deinen Maid-Tunneln. Aber gegen alles, was Spread-Pressure hat, ist der CD komplett useless, weil du dich nur selber pumpst und keinen anderen. Weil der Overheal geht nur auf die nahen Verbündeten. Da ist die Frage, ob das kickbar ist halt. Aber ich tippe mal, dass es kickbar ist. Ich meine, kann sein, dass es nicht kickbar ist. Es wäre halt weird, wenn man uns in Stunt, Feared und Silence casten kann, wenn man dann erst kicked werden kann. Also ich tippe mal, dass du generell kanalisieren kannst. Traumflug. Das ist wieder das mit dem Fliegen hier. Das ist gleich wieder Breath vorher. Das ist gleich wieder Breath vorher. Das heißt, du kannst hier wieder irgendwie anvisieren. Deine ganze Gruppe kannst da drüber fliegen und healst alles. Ich gehe mal stark davon aus, dass du während dem Flug immun bist gegen gerade Crowd-Control und Co. Also maybe kannst du es zum Out-Plane nehmen. Das Gute ist, du hast halt Double-Flug als Healer. Ich tippe halt mal ganz stark, dass du immun bist, wenn du es gut timest. Dann haben wir das Echo. Der kein Echo hält so, aber es sind zwei... Achso, das war das, dass es zweimal wirkt. Das heißt, wenn ich... Geht das mit dem auch? Das geht nicht mit dem. Woops. Also jetzt ist gleich ausgelaufen schon. Okay, das ballert es einfach rüber dann. Wie sieht das aus? Oh, Moiraoab. Einfach Moiraoab in der WoW jetzt. Das einfach reinballern. Hielt er da einfach Leuten, wo es vorbeifährt. Das hielt er da einfach die ganze Zeit. Leute, wo es vorbeifährt. Das ist nicht bad. Ich mag solche Buildies irgendwie. Achso, das ist der Last Standing. Das heißt, das kennt man definitiv gut, dass da jetzt absorbiert wird quasi. Moiraoab bouncet aber. Ja, das bouncet er. Das bleibt einfach in der Wand stecken dann. Dann was haben wir noch? Lindert die Verletzung eines Verbündens. Heilt im Verlauf von 12 Sekunden 6.000. Wenn Umkehrungen kritisch heilt, wird die Dauer um 1,8 Sekunden verringert. Okay, das ist einfach ein Instant Heal halt. Den noch zusätzlich für den Instant AOE Heal ist. Ein bisschen wie Holy Priest. Kreis der Heilung, glaube ich, heißt. Aber dann könntest du das. Geht das? Okay, das dupliziert es dann zweimal. Das ist nicht bad. Das heißt, du kannst ein Big AOE halt. Quasi Frozen Orb, nur als Heal. Keiner. Kannst du das Ding durchschicken. Könntest du die Duplikationen dann machen. Kannst du mit der Duplikation dann zweimal. Zweimal den Gruppen Heal ballern, oder nicht? Scheint es zumindest verbrauchen. Scheint es zumindest zu verbrauchen, wie es mir vorkommt. Ansonsten, Heiler ist ganz okay, würde ich sagen. Ich meine, du kannst noch mehr skillen. Wir haben halt die linke Seite vom Tree noch. Da waren halt auch noch ein paar, wie der Dispel und so weiter. Aber sonst, die Talente haben wir hier eh gerade vorher schon angesehen. Das ist halt einfach nur noch mehr Heilung. Das hat einfach nur noch mehr Heilung, was wir zusätzlich dann noch haben. Aber du kannst halt gut mitdamagen die ganze Zeit. Wenn mitdamaged, dann kriegst du halt auch die Essence Brocks. Du hast einen Mana Rack, weil du kannst das killen, dass du hier mit dem Breath einfach Mana Racks 1800. Was nicht bad ist. Dadurch opferst du aber deine Essenzen. Das heißt, du healst halt weniger dadurch dann. Weil du kannst halt nichts benutzen, was halt irgendwie Essenzen braucht. Müsstest dafür wieder generieren. Dein Hardcast Heal ist im Endeffekt das hier. Das heißt, du kannst damit Damage machen. Du kannst dich aber auch healen damit. Das mit dem Healen ist auch so ein Stacking. Dann das können wir sogar... Achso, das können wir empowern. Ich dachte, das können wir instant drucken. Achso, den Breath haben wir auch noch. Den Breath haben wir noch übersehen. Das heißt, wir haben auch noch den Breath hier. Gleich wie wir beim Feueratmen gibt es das hier auch für Heilung. Das heißt, ich kann den Breath hier aufladen und kann dann hier alles in einem Radius drinnen heilen. Kann natürlich aber auch den Fire Breath machen. Das heißt, ich kann mit dem Fire Breath genauso reingehen. Ich habe die Mobility. Kann die Mobility auch auf zwei hochskillen. Das heißt, das kriegen wir natürlich auch mit dazu. Genau, was macht die Mastery hier? Die bei Verbündeten hervorgerufen Heilung um 16% erhöht, solange deren prozentuale Gesundheit niedriger ist als die eure. Das heißt, ich profitiere vom Mastery hart, wenn ich selber toppt bin und die anderen low sind. Das ist auf jeden Fall auch nicht so schlecht jetzt. Ich mag irgendwie das mit dem Mana-Recken hier. Ich würde auf jeden Fall Energieschlaufe mitnehmen. Weil das ist eine Desintegration 1200 Mana ist nicht bad. Das kommt darauf an, wie selten oder wie schwer Mana-Reck ist. Gibt halt ab und zu wie OV-Addons, wo Mana einfach irgendwie keine Rolle spielt. Wie wie OZK und so weiter. Aber ansonsten ist geil mit dem ganzen AW reingespamming und so weiter. Kannst halt gut mit AW-DPS auch fahren. Schade, dass die Orb keinen Damage macht, sondern nur heilt. Wäre auch cool, wenn die auch noch durchschießen kannst. Ansonsten kannst du den Breath durchjagen halt. Kannst einmal den Damage Breath. Okay, der packt ab und zu noch. Der funktioniert noch nicht einfach frei. Kannst ab und zu den Damage Breath durchjagen. Kannst wegspringen. Könntest dann mit dem Heel wieder durchfliegen. Kannst hier die Immunity anmachen. Könntest Ziele hochknocken mit deiner Ding-Ability. Kannst nach oben knocken. Kannst die Blüte am Boden setzen. Die explodiert dann einfach für Heilung. Und du hast halt einfach deinen Dispel. Und du hast deine Geisterblüten, die stellen kannst. Beziehungsweise halt die rausballern kannst. Und das Heelt halt entweder dich oder einen nahen Verbündeten. Not too shabby. Not too shabby overall, würde ich mal sagen. Also rein vom Playstyle her ist die Klasse nicht schlecht. Mir gefällt DD bei Weitem mehr als Heiler. Heiler sieht ein bisschen kompliziert aus. Gerade weil ich nicht weiß, wie du wirklich gut durchpumpen kannst. Weil es sieht so aus, als würdest du einfach nur mega viele von deinen verschiedenen Cooldowns halt durchrotieren die ganze Zeit. Er scheint sehr stark im AOE-Healing zu sein, kommt mir vor. Weil das meiste, was du machst, ist halt AOE-Heal. Also die meisten von deinen Fähigkeiten, die du hier irgendwie hast, ist halt alles massive AOE-Heals, die halt die ganze Zeit pumpst. Das ist AOE-Heal. Du hast hier die Geisterblüte, was AOE-Healt. Du hast das Ding am Boden, was AOE-Healt. Das heißt, im Endeffekt ist irgendwie alles, was du machst, da die ganze Zeit AOE-Heal. Das ist fuck. Also das ist... Das ist ein bisschen komisch. Weil das hier, die Orb ist auch noch AOE-Heal. Du kannst dein AOE-Heal auch noch duplizieren mit Echo. Das heißt, ich kann Echo anmachen, zum Beispiel Umkehrung, Instant-Heal. Und kann das zweimal bouncen lassen, damit beide gehealt werden. Könnte ein sehr, sehr krasser Raid-Healer werden wie irgendwie massiven Damage. Also wenn irgendwie Big-Damage-Spikes oder so irgendwas reingehen. Du hast gute Defensive-Möglichkeiten. Das heißt, du hast eine Zeitverschiebung. Das ist halt wie Staggering vom Mönch. Das ist halt einfach... Der Damage, den du in den nächsten 8 Sekunden erleidest, ist um 50% verringert. Wird dann aber über die nächsten 50... Ah, über die nächsten 8 Sekunden der Schaden halt erlitten. Du hast einen Raid-Cooldown. Wo du quasi beim Raid einfach die Zeit zurückspulen kannst. Das hier. Wo du einfach den Raid-Damage runterdrehst. Und du hast gute Damage-Möglichkeiten. Du hast Single-Target-Damage anhand von dem Brav. Du hast Single-Target-Damage anhand von dem Cast. Du kannst Melee gehen. Du kannst Summit-Damagen. Du kannst den AOE-Brave halt reinballern. Also den Brav hier nochmal. Also gute AOE-Möglichkeiten. Hast den AOE-Brave hier noch dabei. Also nicht schlecht, oh wohl. Also definitiv nicht schlechter als Design. Nein. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Bin gespannt, wie es dann spielerisch ist. Sagen wir so. Bin gespannt, wie es dann spielerisch ist in dem Dungeon und so weiter. Muss man vor den Aspekt wählen? Also Smart, oder? Was? Nein. Wenn Drackte mit dem Level wächst und am Ende quasi ausgewachsen wäre. Wie ausgewachsen? Die Drackte hier sind ja keine Drachen in dem herkömmlichen Sinne. Die sind ja hochgezüchtete Superdrachen, mehr oder weniger. Die Drachen, die... Wer heißt denn nochmal? Todesschwinge, die Todesschwinge gezüchtet hat. Man rotiert Stasin, das Zurückspielen zum Durchpumpen, wahrscheinlich. Umkehrungen sehen ja kein Apokas aus. Also der Feuer hat im Car-Spy-Steck geblieben gerade, ich dachte gerade irgendwie. Kann ich dich entführen? Ne. Achso, das ist nur Gleiten, ich dachte, dass wir das mitnehmen. Kannst du mal in die Menschenform gehen? Kann man schon neue Quests machen? Natürlich kann man schon neue Quests machen. Nur irgendwelche Fragen zur neuen Klasse gerade, weil sonst schließe ich das nämlich als Video einmal ab. Ich record das nämlich nebenbei und schaue, dass ich das gleich nach dem Stream mal rendere und auf YouTube hochlade, wer sich das irgendwie im Nachhinein nochmal ansehen will. Ich glaube, es ist nur Gleiten, ich glaube, es ist nur Gleiten. Das ist nur Gleiten. Ich gehe nach wirklich nach unten. Ich gehölte und schaue mich nach dem Stream hoch. Ew lajen! club